Jo Leute und damit Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3 Dixie's Kong Quest Äh, schon wieder Dixie Kong Double Trouble mit Flash Mit Center Das funktioniert jetzt bei mir nicht, pass auf Ja Außer Säuse Wo war ich eigentlich? War ich in Mitte? Ja, warst du War Mitte Dann ich ja gar nicht mehr, ne? Hä? Du musst der will eigentlich immer von vorne spielen Ne, musst du gar nicht Wo du dann davon wahrscheinlich getroffen wurdest, ne? Ja Ich glaube sogar auf der Stelle da oben hängen wir Ja Und Bom Schade Schade Schokolade Vielleicht der alte Sack Weiß ja nicht, wo mich jetzt gerade getauscht habe Weil du gescheuert bist Dumme Frage Aber nur weil du Bescheid bist, hast du's gemacht Ich weiß nicht, wo mich das hier nicht kann Tja Keine Ahnung Oh, Leben Ja Hey Er hat ein Leben Irgendwo wieder ein fauler Trick Fauler Trick Du bist auch so ein fauler Trick Du Arschgeige Danke, dass ein fauler Trick war Oh ja Ja, ja Ah Naja schaffe ich noch das g wieder zu sagt doch nein geschafft gewesen gewesen ja man auch bei dieser komischen fahrt ja im terratunnel ja im kanacken tonne ich hab gar nicht geübt warum soll ich auch üben würde ich trotzdem nicht hinkriegen ich vergesse ihn da jedes mal irgendwie war das klar dass ich da wieder falk an der stelle ja das ist die behindertste stelle in diesem level weil du genau ab teil muss dass du auch richtig drauf springen dafür sind ja die bananen da die ausnahmsweise mal ein helfen und nicht irgendwo irgendwo rein führen tja genau wie da will ich ja nur preis geben da sind schon 31 prozent du mich auch du sack gesicht was kann man jetzt zu finden haben wir jetzt ein rutschlevel lodel rodel ja rodel 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 da habe ich heute erst mal noch ein paar folgen fertig gemacht zum rendern und donkey kong schon alle fertig nein guck ich bei hinten die letzten zwei folgen mit einmal der game sound asochron von dir warum mein hä warum mein game sound nein hier dein sound in meiner game aufnahme da asochron so ein bisschen ja keine ahnung wovon das kommt hast du aber öfters mit dem asochron ne bei mir aber nicht sowas sowas hatte ich noch nie ja aber allgemein du hast asochron probleme asochron ja oder deine ohren sind einfach asochron deine oma ist asochron äh doch b sekron nicht c sekron ja patschi wa fuck ja ja die krieg doch nicht mal zum leben sag ich doch fick dich ins knie war doch klar du 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 bist doch schon weiterkommen und du hättest es auch fast schaffen können ja sehr ruhig aber du bist schon nah dran ich hasse sowas ganz ehrlich nicht soll ich denn sagen? ich hab das jetzt auch so ein Level wieder ja und? boah ich will doch nur geradeaus schieße ich will doch diese dinge nicht machen oh der hat aber grosse Augen gemacht na ja weil er was.."Geseen hat was er nicht sehen durfte du hast die ähnene menschagt meinst du? ja ... dich bestimmt nicht natürlich darfst du lieber schreiend weg gerannt glaube nicht oder er gesagt dass sie nämlich extra gegengesprungen ja da fällst du nirgendswo runter kannst du nur donkey gungs verlieren blub 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 da gibt es nur ein film von irgendwas mitbekommen er kommt wieder heißt der computer er ist wieder da zu mich verarscht willst du mich verarschen was machst du eigentlich wenn du beim donkey nur durchkommst und das ist der falsche gar nix und ich habe gesagt ich will das machen aber wenn es nicht klappt dann klappt es nicht ich mache das mit sicherheit dann nicht noch mal nicht nein du arschloch dachte ich nein du arschloch den anderen recht machen bei denen in mitte mag ich ja total ob du stehst auch voll drauf du stehst auch voll drauf eigentlich das gut war denn wenn es ergibt ein bisschen vor oder ja ja sieht man ja ja das kann ich mir vorstellen bei dir Komm, du hast wenigstens Hälfte erreicht und Lonky schon wieder vor einem Moment Ist doch nicht so schwer Ich werde gleich schon wieder einen wieder Wenn du es schaffst Ach, sehr ruhig Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen Scheiße Du glaubst nie an mich, sei ruhig Das ist ganz schlecht, wenn du an mich glaubst Das ist richtig schlecht, wenn du an mich glaubst Ja, ich darf das Ne Pass auf 99,9% schießt ich wieder nach unten Ja Warum spiel? Ich drück schon an der Drück schon vorher hat noch einer gehen nach unten Tja Du bist auch dumm Du bist auch dumm Jetzt mal geschafft Was für ein Wunder Doch, das schaff ich aber nicht Und das stößt da gleich irgendwo wieder ab Ja Ich dachte, das ist dafür da, dass man abstürzt Tja Oder warum ist das Spiel so? Passt er nicht Alter, das Spiel, ey Ja Ja Genau, das Spiel War doch klar, dass das noch kommt Übertreib doch einfach mal, dass es auch noch schneit Weil es ist, ja, das mag ich ja gar nicht Warum bist du gar nicht gesprungen? Nee, ich habe das gar nicht gewusst, dass da anders kommt Ich wollte vorher erspringen auf dem Berg, aber da dachte ich Ja, kommt irgendwas Ah Dann, ja Ich hasse das Level Ups Ja, gut Ich spring gar nicht und du springst erst mal Denkst dich auch so Ja, kann ich auch um Kann ich auch mit einem Donkey Kong durch Fuck Ich weiß auch nicht wo Das ist für ein net interessantes Level hier Das ist kacke Ja Aber weißt du, was ich da bei so einem Trick immer mache? Wenn es zu lange dauert, ich tue das aber vorspulen Ja Ja Ich habe es geschafft, ja Irgendweil, äh Ich habe es immer auf jeden Fall in 60 Euro gemacht Diese scheiden Mini-Gaps, die es zu lange dauert Und du schreie nicht immer so, dass du leiser wirst, du Affe Ach, halt's Maul Ich kann einfach lauter reden dann Halt's Maul, machst du doch eh nicht dann Ja, warum sollte ich Oh Und schießt Ich habe noch gedrückt, ne? War irgendwie klar, dass du da wieder abstürzt, eben Fick dich, Spiel Wird bei mir aber auch passieren, dass ich nicht weiterkomme Ach Ich komme doch schon irgendwann weiter Nicht, ach Wenn ich die Mitte erreicht habe Und dann drück ich auch nicht, rechtzeitig, ne? Nö Ich bin die Tante an diesem Spiel Ich bin voll langsam gerade Ja, hast recht Ey Vor allem, ich drück eben runter, was ist, der macht das nicht Arschloch 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 Verbindung AA sein, warte, ich schau mal, ob die Verbindung AA ist Nee, die Verbindung ist gut Keine AA-Verbindung Du bist AA Oh, ich habe was im Auge Na, der hat Kot im Auge, ist klar Hm, Kotstulle Komm schon, Spiel, komm, warum? Dalum Ertreib' ich doch nicht Dalum Bist du so dumm Okay, meine Hände Hä? Sag nur, mein Handy ist aus Was? Du hast es geschafft? Ja Das ist schon das zweite Mal, aber ich nehme uns ja schon ab Wunder Nun, wo fällst du dir gleich wieder runter? Ja, spätestens nach dem Marienkäfer wieder Hm Oder ich kack vorher schon ab Naja Weil du kacke bist Kackst du dir mal ab Zunächst, aber Nee, ich habe dir schon mal gesagt, du bist kacke So ab Und tschüss Komm, ich habe gedrückt, ne? Hast du gar nicht Das musst du so eine Gesichtscam haben, damit du auf den Controller guckst damit Das Spiel hat gesagt, nein, du hast da gar nicht gedrückt Genau das Problem habe ich nämlich auch ab und zu Ach Da siehst du schon Standard Halt die Fresse Arschloch Das ist jetzt klar Die Musik ist so penetrant, ne? 8-Bit-Musik mit Ach ja Toll Ich will aber sagen, da oben links ist eigentlich Donkey Kong fast gewesen, ne? Guck mal, da wollte ich ja ranspringen, aber hast du gesehen Er springte kurz und dann springte er mit einmal so weit hoch Halt die Fresse Musik ist nicht penetrant Nein Du alter Pinstaff Besonders war das bei beiden Leveling kommen Ja Ach, Bitmucke, ne? Rettet Ey, komm schon Ich weiß nicht schon, dass du da hinten wieder runterfährst oder da Oder auch Nein Ja, weißt du, ich darf nicht schreien, ne? Tja Aber du Ich mach das ja sonst nie Damit mein System sagt, Centus ist behindert, ich steuere den erstmal runter Tja, Pech gehabt Aber du beschwerst dich, ne? Ja, klar Deine Aufnahme muss ja immer perfekt sein Hat man ja gemerkt an meiner Zaunspur, irgendwas war da nicht voll falsch diesmal dran Ahahaha Und tot Ich, vor allem, ich war doch auf dem Teil drauf, der fällt dir trotzdem runter eben Ja, du hast aber nicht gesprungen Ich hab aber gedrückt, du Asi Ja Du sollst nicht Sprungknopf mit Schlagknopf verwechseln Halt die Fresse Das ist ein Arschloch Du Penis-Hüten-Mango Ey, was sind das für Tüten-Hüten hier? Tüten-Hüten? Oder bist Tüten-Hüten Kannst du dich Tüten-Hüten? Nö Tüten-Hüten Tüten-Hüten Penis Oh mein Goooood